Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern hier im Maximilianeum, in dem es heute um die Frage vom Konrad aus der Nähe von Hof geht, die durchaus kritisch ist. Der Konrad hat mir geschrieben, was macht ihr denn für ein Theater um die Wahlen der AfD? Die sind doch demokratisch gewählt. Ist es nicht undemokratisch, die jetzt nicht zu wählen? Ja, Konrad, vielleicht bevor ich auf deine Frage antworte, ganz kurz erklärt für alle Zuhörerinnen, Zuschauerinnen, Zuschauer, worum es dir mutmaßlich geht, nämlich um das Murmeltier, das jede Woche grüßt im Bayerischen Landtag derzeit, in dem die AfD-Fraktion Wahlen beantragt. Wahlen um ein Amt des Vizepräsidenten im Bayerischen Landtag und Wahlen für einen Sitz im PKG, im Parlamentarischen Kontrollgremium. Es war einigermaßen breit, Medienbericht erstattet, dass die AfD seit mehreren Wochen versucht, Personen auf diesen beiden Strukturpositionen zu platzieren und dass es bisher nicht gelungen ist, weil es für die jeweiligen Kandidaten, für die jeweilige Kandidatin bisher im Bayerischen Landtag keine Mehrheit gegeben hat. Jetzt muss man zunächst einmal wissen, dass ich dir lieber Konrad da nur sehr persönlich antworten kann. Und zwar deshalb, weil alle Kolleginnen und Kollegen bei solchen Wahlen qua Gesetz im Bayerischen Landtag nur einem verpflichtet sind, nämlich ihrem Gewissen, weil es bei solchen Wahlen keinen Fraktionszwang gibt, sondern jede Abgeordnete, jeder Abgeordnete für sich selbst entscheiden muss, ob diejenige Person, die bei einer solchen Wahl vorgeschlagen ist, aus seiner Sicht für dieses Amt geeignet ist oder nicht. Und bislang waren die Kandidatinnen und Kandidaten, die die AfD für diese beiden Positionen vorgeschlagen hat, aus Sicht der Mehrheit des Bayerischen Landtags nicht geeignet. Ich will aber, um deine Frage zufriedenstellend zu beantworten, Konrad, sehr wohl transparent machen, was meine persönliche Überlegung bei dieser Wahl gewesen ist. Und vor allen Dingen, das liegt mir als Politikwissenschaftler besonders am Herzen auch, darauf antworten, ob es denn nicht undemokratisch ist, wenn sich diese Mehrheiten, die die AfD da sucht, im Bayerischen Landtag dann nicht finden. Vielleicht von hinten nach vorne, undemokratisch ist es insoweit nicht, als es parlamentarische Mitwirkungsrechte gibt, die qua Wahl erworben werden. Ganz einfach deshalb, weil die Menschen, die AfD, ob uns das gefällt oder nicht, in dieses Parlament gewählt haben. Und die sind absolut sakrosant, die sind auch absolut selbstverständlich für alle Demokratinnen und Demokraten, die würde nie irgendjemand in Frage stellen. Darüber hinaus gibt es, über diese Mitwirkungsrechte, aber auch Vorschlagsrechte, verschiedene Fraktionen sind nach ihrer Größe gestaffelt für verschiedene Sonder- und Zusatzfunktionen im Parlament vorschlagsberechtigt. Das allerdings ist ausschließlich ein Vorschlagsrecht und kein Recht, diese Position auszuüben. Die Fraktionen machen Vorschläge und das Parlament muss dann über diese Vorschläge entscheiden. Nur nach seinem Gewissen, wie eingangs skizziert, sodass es auch nicht undemokratisch ist, wenn diese Gewissensentscheidung bei einer Mehrheit der Parlamentarierinnen und Parlamentarier eben negativ und damit anders ausfällt, sodass es keine Mehrheit gibt. Aus meiner Sicht, Konrad, muss sich dann eher die Fraktion, die den Vorschlag gemacht hat, Gedanken darüber machen, weshalb die Mehrheit von 205 Parlamentariern ihren Vorschlag offenkundig nicht mit dem Gewissen vereinbaren kann und nicht die anderen Parlamentarier darüber nachdenken, wie es sich mit diesem Vorschlagsrecht verhält. Davon unabhängig, Konrad, aber auch meine persönliche Wahlentscheidung skizziert. Für mich ist sehr, sehr klar, sehr, sehr klar im Rechtssinn und sehr, sehr klar auch vor dem Hintergrund meines Demokratieverständnisses und als Politikwissenschaftler, dass mir das Ergebnis von Wahlen nicht gefallen muss. Ich habe aber trotzdem das zu akzeptieren, was die Menschen in Bayern qua Wählerwillen bei der letzten Landtagswahl zum Ausdruck gebracht haben, sodass für mich völlig klar ist, dass die AfD ihre parlamentarischen Mitwirkungsrechte, so wie sie die Geschäftsordnung des Landtags vorgibt, ganz selbstverständlich ausüben kann und auch zugesprochen bekommen werden muss von den Demokratinnen und Demokraten. Und für mich gilt das auch bis hin zum Zugriff auf die Vorsitze von Ausschüssen. Immer so lange, wie diejenigen, die diese Funktionen ausüben, sich nicht selbst für diese Aufgabe disqualifizieren, wie das zuletzt zum Beispiel an der Spitze des Bildungsausschusses der Fall war. Eine Unterscheidung, Konrad, würde ich machen bei den beiden Positionen, um die es jetzt gerade Woche für Woche geht. Und ich glaube, es kommt deshalb auch nicht von ungefähr, dass sich das Parlament gerade da eben anders entscheidet, mehrheitlich gegen die Benennung von Kolleginnen und Kollegen der AfD entscheidet. Und es sind die beiden Positionen Vizepräsident des Parlamentes und Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium. Wieso sehe ich es bei diesen beiden Positionen für besonders sensibel und kritisch dort bestimmte Vertreterinnen und Vertreter hinzuwählen? Weshalb befrage ich da mein Gewissen ganz besonders intensiv beim Vizepräsidenten, Konrad, deshalb, weil ein Vizepräsident nicht einer unter vielen Parlamentarierinnen und Parlamentariern ist, der eine parlamentarische Funktion ausübt, sondern weil ein Vizepräsident ein Vertreter des gesamten Parlamentes ist, weil ein Vizepräsident außerhalb des Bayerischen Landtags, da draußen bei den Menschen in Bayern, für uns alle spricht, für alle Parlamentarierinnen und Parlamentarier spricht, so dass ich mir bei einer solchen Wahl natürlich sehr gut überlegen muss, möchte ich, dass die Person, die von der AfD da vorgeschlagen worden ist, für mich draußen bei den Menschen in meinem Namen spricht. Und da habe ich für mich persönlich, lieber Konrad, entschieden, dass die bisherigen Personen, die da vorgeschlagen waren, keine sind, aufgrund der Art und Weise, wie sie sich bisher im Parlament verhalten haben, von denen ich möchte, dass sie draußen bei den Menschen stellvertretend für mich sprechen. Das ist der große Unterschied zwischen dem Amt eines Vizepräsidenten als Repräsentant des gesamten Parlaments und anderen parlamentarischen Funktionen, wie beispielsweise Sprecher für bestimmte Angelegenheiten oder auch Vorsitzender eines Ausschusses, wo es dann wieder Mehrheiten in den Gremien gibt, die von einer solchen Persönlichkeit, solchen Kolleginnen und Kollegen geführt werden. Die zweite Position, die ich für kritisch halte, ist diejenige einer Mitgliedschaft, dem PKG, im Parlamentarischen Kontrollgremium. Warum halte ich das für kritisch? Deshalb, weil ich schon die Sorge habe, dass wir da ein gutes Stück weit den Bock zum Gärtner machen würden. Denn was ist die Aufgabe dieses Parlamentarischen Kontrollgremiums? Unter anderem ist die Aufgabe, den Verfassungsschutz zu kontrollieren. Und ich glaube, man muss schon gut darüber nachdenken, wie sinnvoll es ist, eine Gruppierung, die mit ihrer Nachwuchsorganisation, mit Nachfolgeorganisationen dieses eigenartigen Flügels und auch mit einzelnen Personen in der Vergangenheit aus der Spitze der heutigen Fraktionsspitze selbst vom Verfassungsschutz kontrolliert wird, mit der Aufgabe zu betrauen, den Verfassungsschutz zu kontrollieren. Da habe ich persönlich für mich die Entscheidung getroffen, wer selbst eigentlich ein Fall für den Verfassungsschutz ist. Der kann nicht von einem Parlament mit der Aufgabe befasst werden, den Verfassungsschutz zu kontrollieren. Da würden wir den Bock zum Gärtner machen. Das ist der Grund, Konrad, weshalb ich persönlich mich entschieden habe, die bisherigen Vorschläge der AfD für das Amt des Vizepräsidenten und für die Mitgliedschaft im Parlamentarischen Kontrollgremium mit meiner Stimme nicht zu unterstützen. Die Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen im Parlament hat das so gesehen, wie ich das sehe und deshalb ist es bisher nicht zu diesen Besetzungen gekommen. Was aber nicht bedeutet, dass wir in irgendeiner Art und Weise undemokratisch wären oder qua Wahl an die AfD übertragene Mitwirkungsrechte nicht zugestehen würden. Das würde ich persönlich für absolut falsch halten und das ist auch nicht der Fall. Es geht um diese beiden Sonderpositionen mit den Sonderanforderungen, die daran geknüpft sind. Und da geht es eben nicht darum, den Wählerwillen demokratisch zu spiegeln, sondern da geht es um ein Vorschlagsrecht, zu dem wir Parlamentarierinnen und Parlamentarier uns mit unserem Gewissen zu verhalten haben. Und deshalb fallen diese Entscheidungen bei meinem Gewissen, so wie eben begründet und offensichtlich bei der überwältigenden Mehrheit der Kollegen, ganz genauso aus, wie sie in der Vergangenheit ausgefallen sind. Ich hoffe, ich konnte damit ein bisschen aufklären, dass wir also nicht antidemokratisch sind, sondern reflektiert im Sinne des Parlamentarismus, lieber Konrad. Und wenn auch ihr eine Frage habt, dann postet die wie immer gerne entweder unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail. Dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn es wieder heißt Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion Frag Fabian Frag Fabian Frag Fabian Frag Fabian Frag Fabian Vielen Dank.